Herzlich Willkommen zu unserem neuen GSA-TV-Talk. Image Broschüre, Flyer, Internetseiten. Der erste Eindruck zählt, wenn es darum geht, dass Sie sich als Speaker oder als Trainer bewerben für einen Auftrag. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, bei dem Newcomer Casting 50 solcher Unterlagen in die Hände zu bekommen und auch 50 Internetseiten, die ich mir anschauen konnte. Und anhand dieser ersten Eindrücke sollten wir, das Team und ich, entscheiden, wer denn jetzt dafür passend ist, beim Newcomer Casting mitzumachen. Und das ist eine sehr schwere Aufgabe. Deswegen habe ich mir Gäste eingeladen, unter anderem Rüdiger Henke. Herr Henke, Sie sind dafür zuständig, dass man sich als Inprint-Medium oder mit dem Print-Medium erfolgreich präsentiert. Sie haben die Firma? Queo. Queo. Aus Dresden oder in Dresden. Und ja, wir betreuen oder beraten Kunden hauptsächlich im Print-Bereich, aber auch in anderen Bereichen. Aber dort liegt ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Und dort ist oftmals dieselbe Frage zu klären, wie präsentiere ich mich am besten mit irgendeinem Print-Medium an sich. Also ob das jetzt ein Flyer ist, ob das ein Mailing ist, ein Image-Broschüre. Das macht dann im Grunde keinen Unterschied. Es geht eigentlich nur darum, wie bringe ich das, was ich sagen möchte, am besten rüber und wie mache ich das, was ich dann rausschicke oder jemandem in die Hand gebe, noch zum Erlebnis. Also ein gewisses haptisches Erlebnis, eine gewisse Überraschung, wie vielleicht auch noch in die Richtung. Sodass das, was ich eigentlich übermitteln will, haften bleibt und ich in Erinnerung bleibe, egal wie in dem Moment. Und das ist schon manchmal nicht so einfach. Da wir ja nicht wissen, wer das erhält. Also wir wissen zwar die Person und den Namen und die Firma, an die wir die Unterlagen schicken. Aber ist es jetzt ein Mensch, der stark visuell veranlagt ist oder ist es ein haptisch veranlagter Mensch, ist es natürlich eine sehr große Herausforderung. Was sind denn die größten Todsünden aus Ihrer Sicht? Puh, die größten Todsünden. Also ich würde jetzt erstmal in erster Linie sagen, ist, wenn ich zu viel Information übermitteln will, auf einen Schlag. Also wenn ich den Zwang habe, unbedingt alles sagen zu müssen und das möglichst auf noch engen Raum, sodass quasi die Aufteilung der Information auf dem Medium, egal was es dann ist, einfach nicht mehr passt. Dass der Mensch, der es bekommt, erschlagen wird von zu viel Information und eigentlich nicht das, ich sag mal, konzentriert bekommen, was eigentlich die wichtigste Botschaft ist. Das ist oftmals der Punkt. Wir bekommen halt die Inhalte, wenn der Kunde die Uninhalte zuliefert, oftmals viel zu viel für das, was er eigentlich machen will. Und das muss dann eingedampft werden und das fällt da die meisten sehr schwer. Herr Henke, wenn man das eindampfen muss, dann haben wir wahrscheinlich, also wir Trainer und Speaker Angst, dass eine wichtige Information nicht drüber kommt. Und ist die Ernst begründet? Naja, ich würde es jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen sehen, die ist natürlich begründet. Aber das ist natürlich oftmals dann auch der Punkt, wo dann der Dienstleister und der Speaker sich sehr intensiv austauschen müssen. Und dort hilft es auch oftmals, wenn man einen Draft, also einen Entwurf hat und den einfach vielleicht ein paar Leuten mal zeigt und mal deren Meinung einholt. Die sollten halt vorher unbeteiligt sein, weil die bekommen das dann genauso in die Hand, wie der potenzielle Kunde, der es vielleicht zugeschickt bekommt oder in die Hand gedrückt bekommt. Und wenn der, ich sage mal, nach kurzem Draufschauen sieht, okay, ich weiß, um was es hier geht, dann ist man zumindest auf einem guten Weg. Dann kann man sicherlich noch optimieren. Und dann kann man natürlich mit Gestaltung noch viel machen, mit Schriftgrößen, Farben etc. Da gibt es eine ganze Menge auch mit Bildern, logischerweise. Das ist ein ganz großer Punkt. Auch das ist ja immer ein Thema, welche Bilder verwende ich. Haben der Speaker selber gute Bilder von sich selber? Ist ja oftmals auch das Produkt in dem Sinne, was ich da versuche zu verkaufen. Und das dann vernünftig alles in eine Reihe zu bekommen und sich natürlich dann auch mit dem Kunden noch zu einigen, weil Speaker haben auch oft ganz eigene Vorstellungen. Und die sind nachvollziehbar, aber nicht immer optimal für das, was rauskommt am Ende. Da muss man halt dann irgendwo Kompromisse finden, ganz klar. Ja, und so ein Speaker hat ja auch einen recht sturen Kopf. Wenn er sich den durchsetzen möchte, dann ist es nicht so einfach. Herr Jacek Tapia Garcia, Sie sind mein Experte heute zum Thema Internetseiten. Da gibt es sicherlich bei den Trainern und Speakern auch eine ganze Reihe von Todsünden. Was wären denn solche? Todsünden? Ich weiß nicht. Grundsätzlich geht es uns vielleicht darum, dass wir den ersten Eindruck vermitteln wollen. Und für diesen ersten Eindruck haben wir nur einmalige Möglichkeit. Zum ersten Mal, wenn jemand unsere Seite besucht, macht er sich Eindruck zu unserer Person, zu unserem Thema und versucht natürlich, das sehr schnell zu erfassen, um die gewünschte, erwartete Information zu bekommen. Wenn wir, da kann ich Herr Henke nur zustimmen, das Überladen und dem Zuschauer oder dem Besucher der Seite, dem User, zu viele Bälle gleichzeitig zu werfen, wird er zum Schluss nicht mal ein einziges fangen. Und das ist das eine Problem, wenn wir zu viele Informationen auf einmal weitergeben wollen. Die große Kunst besteht eigentlich darin, an dieser Stelle sich auf die wesentlichen Aussagen zu reduzieren, sowohl in der Bild- wie auch in der Textaussage. Die Kombination aus prägnanten, kurzportionierten Inhalten ist etwas, was empfehlenswert ist. Und viele schaffen das natürlich nicht, wie Sie schon gesagt haben. Man versucht, so vieles von sich zu geben, weil man so viel mitbringt mit sich und mit eigenem Thema. Das ist aber sehr schwer, auf einen Schlag jemandem weiterzugeben. Beim Text kann ich es mir jetzt ganz gut vorstellen. Wie schaut es beim Foto aus? Sie haben gesagt, auch auf die Bilder sozusagen prägnant zu sein. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine, ist, dass es sehr, sehr viele Fotos gibt, was die Speaker praktisch durch Zuschauer oder durch Bekannte, durch Handykameras irgendwo aus der Hüfte geschossen haben. Und diese Qualität, diese Bilder wird oft genutzt als ein Bild für sich selbst zur Präsentation und Repräsentation von sich selbst und zu eigenem Thema. Und das wird dem nicht gerecht, weil wir müssen die Verständnis bringen, dass die Leitmotive, die wichtigen Eröffnungsbilder, wie wir sie heute in visuellen Kommunikation bekommen, von mittelständischen und von grossen Unternehmen, sie sind natürlich perfekt ausgeleuchtet. Sie sind gestylt, sie sind postproduziert, sie sind hochgepusht. Und das alles kann so ein zufälliges, spontanes Foto nicht leisten. Das heißt, man braucht für einen guten ersten Eindruck auch ein gutes Bildmaterial, was nicht einfach so zufällig entstanden ist. Man muss sich einfach dafür Zeit nehmen, ein spezielles Shooting aufzusetzen. Und an dieser Stelle ist mein großes Bedürfnis, den Leuten vielleicht mitzuteilen, dass es natürlich schon eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, wenn einem gelingt, eine Kombination aus Präsentation von sich selbst und in gleichem Atemzug irgendeine Art und Weise auf das Thema einzugehen. Wenn es uns gelingt, eine Bilderwelt zu kreieren, die praktisch die zwei Komponenten auf einen Schlag irgendwie schafft, zu vermitteln und zu visualisieren, dann wäre natürlich eine gute Qualität, optimale Einstieg in so eine Seite. Das heißt, hier brauchen wir Experten. Und einen Experten haben wir uns noch dazu eingeladen, nämlich wenn es darum geht, richtige Speaker, passende Speaker für deine Kunden zu finden. Siegfried Heider von Expert4Events. Du suchst für deine Kunden Speaker, manchmal auch Trainer aus. Und manche davon kennst du persönlich, da ist es ein bisschen leichter. Aber den einen oder anderen erlebst du auch zum ersten Mal durch das, was sie dir gedruckt oder eben per Internetseite zukommen lässt. Was hast du schon erlebt? Was ist so ein Horror-Szenario, wo du sagst, oje, oje, jetzt, warum gerade das? Generell ist es so, dass ich die Geschichte, die der Speaker mir erzählt, weitererzählen muss. Das heißt, wenn ich etwas erlebe, eine Story zu einem Thema, zu einem Produkt, wofür der Speaker steht, dann muss mich das selbst so fesseln, dass ich es in etwa in dieser Energie und in dieser Begeisterungsfähigkeit meinem Kunden weitergehe, weil ich verkaufe am Schluss an den Kunden. Und da scheitert es manchmal schon. Ich weiß, dass die beiden Herren, wenn sie Kunden bekommen, immer erst mal nicht auf die Bilder sich stürzen und nicht auf die Texte, sondern eigentlich eine Ebene höher gehen und sagen, wofür steht jemand eigentlich? Was ist denn deine Positionierung? Wofür bist du Experte? Was ist deine Story? Wie sieht dein Elevator-Pitch aus? Was ist dein Markenkern im Markenei? Welche Wörter sind denn eigentlich zu dem, was du magst, passend? Und wenn das sauber gemacht ist, dann kommt die Story zu mir, dann verstehe ich sie auch, dann kriege ich sie auch in meinen Kopf, in mein Herz und dann kann ich sie auch rübergeben an meinen Kunden. Dass das gar nicht vorhanden ist, ist eigentlich die Lücke, die ich oft feststelle, dass diese Story gar nicht klar ist, dass die einmal so kommt und beim nächsten Mal anders, dass da keine Kontinuität drin ist, dass ich auch in der Außenwirkung, Farbe, Design, die Website anschaue, den Flyer und denke mir, ist das die gleiche Person. Kann eigentlich nicht passen. Also da muss eine Linie drin sein, etwas zu erzählen sein und dann kann ich es auch weiterverkaufen. Und heißt das, dass sehr viele der Trainer und Speaker, die sozusagen dir dann ihre Bewerbungsunterlagen geben, auf Dinge achten, die sie vom Hörensagen her kennen und gar nicht so auf ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigene Geschichte und ihr eigenes USP? Ja, wenn die meisten einen wirklichen USP hätten oder ihn kommunizieren könnten, wäre man ja schon ganz schön weit. Auch da ist es oft sehr, sehr klamm. Und ich erinnere mich da immer an den Randy Gage, den wir mal in Deutschland hatten, den amerikanischen Speaker, der immer gesagt hat, in der ganzen Kundenkommunikation geht ein Satz, Benefits lead, Features substantiate. Heißt übersetzt, Nutzen an erster Stelle, was habe ich davon, wenn ich jemanden kaufe oder buche und dann Eigenschaften dazu. Wie ist jemand auf der Bühne? Welche Awards hat jemand? Welche Doktortitel? Welche Referenzen? Welche Testimonials? In der Reihenfolge. Die größte, warum kauft eigentlich jemand einen Speaker? Das muss man vielleicht bei der Betrachtung der ganzen Kommunikationsmittel mal sehen. Erstens, so ein Kommunikationsmittel muss Vertrauen aufbauen, weil wir ein Produkt haben, das wir nur versprechen können. Wir können es ja nicht, wenn der Kunde am Telefon ist, mal schnell zeigen, wie ein Glas Wasser, das man probieren kann. Also ich muss die Versprechen, die ich mache, wie ich sein werde, unterfüttern mit ganz konkreten Argumenten, mit Videos, mit all den Dingen, die da helfen. Bleiben wir mal bei dem Punkt Vertrauen. Ja. Vergiss deine Liste nicht, dann gehen wir sie so Punkt für Punkt durch. Vertrauen. Wie kann ich im Printmedium Vertrauen rüberbringen? Na gut, also aus meiner Sicht muss die Gesamtqualität stimmen. Also man muss den Eindruck bekommen, da kommt ein Profi zu mir. Weil ich möchte, wenn ich einen Speaker einkaufe, auch einen Profi, der in seinem Fach sehr gut ist. Und da erwarte ich einfach, dass dann die Materialien, die dann einfach mir zugesandt werden und die wir produzieren, müssen halt auch von der Qualität her stimmen, insgesamt stimmen, insgesamt passen. Und das ist jetzt nicht bloß das Design, das geht auch ins Material rein, das geht einfach auch, Bilder, großes Thema, oftmals eben genau ein Riesenproblem, gerade im Print. Ich brauche ja online ein viel niedrig aufgelösteres Bild und Zweifel als im Print, wenn ich es wirklich gut drucken will. Und genau diese ganzen Materialien, die setzen sich ja aus so vielen Sachen zusammen, die Inhalte, dann die Bilder, dann auch das eigene Verständnis, wie möchte ich mich präsentieren. Und da ist oftmals der Dienstleister dann an der Stelle, was eigentlich der Kunde noch liefern müsste, genau diese Story erst mal zu kreieren und in dieses Produkt reinzupacken, sodass es Spaß macht, das auch durchzuschauen. Nehmen wir nochmal das Produkt in die Hand. Wenn ich also jetzt Papier in der Hand habe, welches Papier drückt Vertrauen aus? Also wie muss sich das Papier anfühlen? Was müsste das sein? Gut, ich kann mir das sagen, labbrig soll es wahrscheinlich nicht sein, aber wie ist es denn? Was ist ein vertrauensvolles Papier? Ich glaube, das kann man so allgemein nicht sagen. Ich persönlich, da gibt es natürlich immer verschiedene Meinungen, mag etwas stärkeres Papier. Ihre Meinung zählt jetzt. Meine Meinung zählt. Ich finde immer es sehr angenehm, ich habe ein Papier in der Hand, was etwas stärker ist, was einen weichen Griff hat, nicht kalt erscheint. Letztendlich geht es ja auch um Wärme, Emotionen. Und es gibt ja auch so, ich sage mal, so kaltweißes Papier, das finde ich persönlich immer nicht ganz so passend, aber es kommt wieder auf die einzelnen Personen drauf an. Und natürlich, dass das Papier entsprechend ordentlich verarbeitet wurde, also dass es vernünftig bedruckt wurde, dass es, wenn es ein Flyer ist oder von mir aus ein anderes Mailing, dass es halt vernünftig verarbeitet wurde. Dass ich, wenn ich es bekomme, so einen Wow-Effekt habe, zu sagen, boah, wer schreibt mich jetzt hier an? Was dann die Story erkenne, den Menschen dahinter erkenne und neugierig werde und sage, Mensch, der macht auf mich einen sehr professionellen, sehr guten Eindruck, weil er legt auf Details Wert. Er legt darauf Wert, dass er immer richtig präsentiert wird und dass er mich halt auch letztendlich von der Story her komplett abholt. Und ob ich dann vielleicht nochmal online gehe, also sprich, auf die Webseite vermittelt werde, um dort weitere Informationen zu holen, ist auch ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht immer. Das kommt dann noch dazu, aber der erste Eindruck und das ist völlig richtig und in dem Fall bei mir wäre es jetzt halt das Mailing oder der Flyer oder wie auch immer gewesen oder die Mappe, das muss passen. Und da spielt Haptik und Gefühl eine Riesenrolle und dann kommt das Visuelle dazu und dann muss ich noch verstehen, was die Story ist. Und wenn das passiert ist, dann kommt das Vertrauen von selber. Wenn ich natürlich bloß einen labbrigen Flyer bekomme, der, ich sage mal, ganz böse im Copyshop mal schnell dahin gedruckt wurde und per Brief rausgeschickt wird, dann wird es schon schwerer mich davon überzeugen, weil oftmals sind ja die Speaker auch, was ihre Tagessätze und ihre Preise angeht, schon, ich sage mal, im mittleren bis höheren Bereich. Und da erwarte ich natürlich, wenn ich als Kunde das Geld ausgeben möchte, auch, dass ich eine Gegenleistung bekomme, die das Geld wert ist. Und das muss ich natürlich vorher auch durch das Werbemedium vermitteln können. Okay, also festes Papier, eine warme Farbe, angenehme Griffgefühle, das ist schon mal ein Botschafter des Vertrauens, sozusagen. Das würde ich jetzt sagen. Auf der Internetseite, Herr Tapia Gassier, was ist da, wie drücke ich Vertrauen auf einer Internetseite aus? Natürlich können wir im Internet nicht auf die Themen zugreifen, die wir im Print gerade angesprochen haben. Eine Haptik ist uns natürlich nicht zugänglich an dieser Stelle. Aber ich denke, dass es auch an dieser Stelle möglich ist, durch ersten seriösen Eindruck recht schnell jemanden zu überzeugen von eigenen Qualitäten, wenn man die richtigen Wordings benutzt, wenn man qualitativ hochwertige Bilder benutzt und wenn man demjenigen, der meine Seite benutzt, einfach von der Informationsarchitektur, von der Aufbau und Übersichtlichkeit eine Möglichkeit gibt, sich zu informieren und schnell und einfach zu bewegen. Wenn ich jemanden überlade oder ich baue die erste Startseite auf eine Art und Weise, die jemanden verwirrt, wo er nicht weiß, wo er zuerst gucken soll, ich übersetze das vielleicht so aus der Erfahrung mit etwas mittleren oder grösseren Kunden. Mir ist durchaus bewusst, dass ein Speaker als One-Man-Show-Unternehmen vielleicht nicht diese Marketingmaschinerie im Hintergrund hat und auf diese ganzen Prozesse so selbstverständlich sie selbst erarbeiten kann wie eine Marketingabteilung von grösseren Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass, wie schon Herr Heider gesagt hat, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, wenn man nicht alles eingedampft und eingekocht hat auf einen Markenkern, auf eine bestimmte Botschaft, die man konzentriert und gelungen präsentieren möchte, wird es natürlich da auch schwierig. Das Internet ermöglicht allerdings, weil es nicht linear ist, gewisse Vorteile gegenüber dem Print. Das heißt, ich gehe nicht linear in einen Folder, sondern ich bewege mich dorthin, wo ich will. Und da treffe ich Entscheidungen als Besucher dieser Seite, als User und mir müssen die Möglichkeiten gegeben werden. Ich muss einfach sehr schnell meine JAS abholen als Besucher, wo ich dann sage, qualitativ hochwertige Speaker, ja, tolle Foto, ich glaube, es ist auf toller Bühne gemacht worden, mache mein Hacken. Dann sehe ich irgendwo ein Video, wo der Speaker sich vorstellt und das ist nämlich der Punkt, der zukünftig sehr große Relevanz für uns bekommen wird. Früher waren die Bandbreiten, sagen wir mal, bescheiden. Mittlerweile gibt es da keine Restriktionen von Zugriffszeiten für mehr Bilder, für größere Bilder, für bewegtes Bild, Video, spätestens seit YouTube, ist das überhaupt kein Thema mehr. Und da sehen wir, dass diese Rich Media, dass dieses bewegtes Bildmaterial, zunehmende Rolle spielen wird bei Präsentationen online gegenüber dem, was wir bei Print an Möglichkeiten hatten. Wenn wir jetzt noch mal beim Vertrauen bleiben, wir kommen später noch mal auf die Videos. Vertrauen bedeutet, auf der Internetseite sozusagen, Startseite, ist so, dass es den Besucher jetzt abholt und dass er relativ schnell erkennen kann, wo er was findet, ohne das Gefühl zu haben, verwirrt zu sein oder in einem Bauchladen zu landen. Im Prinzip schon. Also ich denke schon, dass es eine sehr große Rolle spielt, jemandem, der mich auf meiner Seite durch URL oder Marketing, durch Suchmaschinenmarketing, wie auch immer er auf meine Seite kommt oder aufgrund des Flyers, was ich dann bekommen habe, gehe ich auf die und möchte meine Informationen vertiefen. Natürlich kann ein Flyer mit, sage ich mal, bescheidenem Umfang von sechs Seiten nicht die gesamte Info wiedergeben. Es hat die Funktion über sich, kurz und qualitativ hochwertig. Teasen. Und dann lande ich auf meiner Seite. Da habe ich die Möglichkeit, das zu vertiefen. Und ab dem ersten Eindruck, die Jas, wie ich mir abgeholzt habe, muss ich auch bis zum Schluss, natürlich inhaltlich, auch bestätigen. Also es kann nicht sein, dass das abbricht, dass ich ein ganz tolles Foto habe, aber dann nichts zu sagen habe oder mein Thema so uninteressant dargebe, dass es niemand als relevant empfinden wird. Also es ist eine große Mischung aus der Person selbst und dem Thema. Und da ist immer die große Frage, wie balanciert man das aus? Ich weiß es nicht. Das ist ein Überlegungswert. Gehe ich stärker über die Person und rücke sie in den Vordergrund oder rücke ich das Thema in den Vordergrund, weil die Person, da wäre sie aber falsch an der Stelle, sich nicht traut, nach vorne zu gehen. Dann wird es ganz schwierig. Das ist jetzt bei Speaker und Trainern dann wahrscheinlich eher nicht der Fall. Die gehen ja gerne nach vorne. Aber schauen wir uns doch nochmal Sigis Liste an. Du hast ja im Kopf so eine Liste gerade gehabt. Dein erster Punkt war Vertrauen. Ja, glaube ich muss da nochmal schnell rein, weil ich würde das gerne nochmal abrunden aus der Einkäufer-Sicht. Ich glaube der, egal ob ich jetzt ein Printmedium oder eine Internetseite vor mir habe, ich suche ja etwas Bestimmtes. Ich vergleiche das immer, wie wenn ich Socken kaufe und in die Kaufingerstraße, Fußgängerzone in München gehe. Dann gehe ich durch die Kaufingerstraße und habe viele Geschäfte. Das ist so ähnlich, wie wenn ich in Google einen bestimmten Speaker-Begriff eingebe. Dann will ich, wenn ich ein Geschäft von außen sehe, ganz klar sehen, das ist vergleichbar mit dem ersten Besuch einer Website, bin ich hier richtig. Kriege ich hier Socken? Ganz einfach. Und wenn mir die Seite, wenn mich die führt, wenn mir da das erste Häkchen abgeholt wird, dann schaffe ich schon mal Vertrauen dadurch, dass ich hier Orientierung bekomme. Das ist mein erster Punkt. Dann gehe ich da rein, dann hoffe ich, dass ich bei so einem riesen Kaufhaus irgendeinen Wegweiser bekomme, wo die Socken sind. Weil ich will Socken kaufen. Da will ich auf der Seite auch nicht die großen Eigenschaftsbeschreibungen sehen, sondern ich will einen ganz klaren Wegweiser, da kriegst du Socken. Dann gehe ich in den zweiten Stock, in dem Fall in der Internetseite, auf Produkte oder Vortragsthemen und dann bin ich dort und dann ist da hoffentlich auch eine Orientierung, eine Verkäuferin im Kaufhaus, irgendeine Struktur, ein Bild, wo ich sehe, was kann ich hier kaufen, wo sind die Herrensocken, in welcher Größe. Und dann bin ich am richtigen Regal und dann rufe ich an beim Speaker oder ich gehe zur Kasse und kaufe die Socken. Also diese Dinge müssen mir als Besucher, wo ich gar keine Lust und Zeit habe, mich groß selbst zu orientieren, die muss mich führen. Und dann verkauft die Seite auch. Die meisten Speaker-Seiten verkaufen nicht, weil viele Leute sich sozusagen desillusioniert ein bisschen abwenden und gucken, ob es irgendein Geschäft gibt, die besser strukturiert sind. Okay. Also Vertrauen ist aus deiner Sicht durch Struktur zu erreichen und durch das, dass sich die Hauptbegriffe, die ich anbiete als Speaker, für meinen Kunden sichtbar machen, damit er weiß, ob er jetzt im richtigen Laden ist, ob es Sinn macht, dort mehr Zeit zu verbringen. Orientierung. Orientierung, genau. Vielleicht könnte man an der Stelle noch ergänzen, dass ich glaube, es würde derjenige, also der Speaker, der zum Beispiel ein neues Marketing-Material entwickeln möchte, oftmals hilft es ihm, einfach mal fünf verschiedene Webseiten oder fünf verschiedene produzierte Flyer oder Broschüren oder wie auch immer, mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, jetzt entscheide mal selber, zu welchem hast du das meiste Vertrauen? Wem würdest du anrufen? Wem würdest du im Zweifel einkaufen? Wer macht auf sich den besten Eindruck? Ich glaube, wenn die Auswahl passend ist, man geht ja meistens von sehr gut bis eher noch verbesserungswürdig, würde sehr schnell erkennen, oh, stimmt, in die Richtung müsste es wahrscheinlich auch für mich gehen. Und da bekommt man dann auch als Dienstleister ein relativ gutes Gefühl, er hat so ein Verständnis. Und wenn er jetzt doch in eine andere Richtung geht, dann muss man halt fragen, warum denkt er in dem Moment so? Weil die Menschen haben durchaus in der Regel ein relativ gutes Gefühl, was Qualität ist. Sie können es noch nicht selber immer hundertprozentig so rüberbringen, wenn sie nichts vor sich liegen haben. Das ist oftmals ein Problem. Und da muss ich ergänzen, Speaker schreiben sehr stark oder lassen auch Printmedien und Internetseiten sehr stark aus ihrer Brille designen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass da Einkäufer drauf gucken. Dass da mal ein Kunde, den man vielleicht sehr persönlich kennt seit Jahren hat, mal wirklich ein ehrliches Feedback abgeben, sagt, die Seite ist toll, aber sorry, ich komme hier nicht zurecht. Und dann kriegt man, glaube ich, wenn man das eigene und das Fremdbild bekommt, ein sehr schnelles, gutes Gesamtbild. Ich habe mal eine wunderbare Geschichte zu Heiratsanzeigen gelesen. Das heißt, die besten Heiratsanzeigen für eine Frau schreibt immer ein Mann, weil er das aus seiner Sicht schreiben kann. Da ist was dran. Vielleicht hast du gar nicht so Unrecht und man sagt, man nimmt einen Kunden seines Vertrauens und geht mal mit dem Entwurf hin und sagt, lieber Kunde, hättest du mich gebucht, wenn du das bekommen hättest. Das ist ja ein schöner Punkt. Ich würde gerne zu deinem zweiten Punkt auf deiner Liste kommen. Ja, zwei von drei. Der zweite Punkt ist eigentlich ein Hauptmittel, um Vertrauen aufzubauen. Das ist, ich will sehen, was kann ich hier kaufen und was bringt es mir. Wie lange ich oft suchen muss auf Seiten und Flyern, dass ich konkret sehe, was kann ich hier kaufen. Mit welchem Thema, Untertitel, Inhalt, Nutzen, Zielgruppe, tralala. Mit was verstehst du jetzt Vortrag oder Training oder Coaching? Also diese Unterbegriffe oder die Themen, also das Verkauf oder ist es Telefon oder ist es Präsentation oder wie würdest du das nennen? Wenn ich zu einem Speaker gehe, dann will ich ja eigentlich einen Experten haben, einerseits, der den Speaking-Beruf versteht, das heißt, auf der Bühne hervorragend ist, der einen Job versteht. Auf der anderen Seite natürlich, Experte ist zum Thema und ein Experte zu einem Thema bringt mich von A, zum Beispiel durchschnittlich im Verkauf, zu B, hervorragend im Verkauf und ich will auf der Webseite sehen, wie er mich dorthin führt. Also Thema 1, Basisgrundkurs, Thema 2, Aufbaukurs, Thema 3, Kür-Exzellenz-Thema. Wenn ich das vielleicht grafisch schön gestaltet sehe, dann habe ich Orientierung, dann sehe ich die Produkte, die ich konkret kaufen kann und wenn dann der Nutzen noch beschrieben ist, was habe ich davon, wie reagieren meine Teilnehmer, was können die danach tun, was können sie umsetzen, dann bin ich schon sehr, sehr weit. Wie kriege ich so etwas auf das Printmedium, Herr Henke? Wie kriege ich so einen Weg möglichst, ich habe ja nicht viel Platz, nicht viel Zeit, wir können ja nicht Bücher drucken, wir wollten ja nur mal einen Teaser machen, wie kriege ich so etwas hin? Das erste ist für die Struktur, ganz klar. Ich muss das runterbrechen auf die Elemente und auf die Bausteine, die ich kommunizieren möchte und die muss ich dann so zerlegen, dass ich das in, ich sage mal, aufnehmbare Informationshäppchen, sage ich jetzt mal, verteile und da muss ich schauen, was ist dann für den Gesamtinhalt, den ich dann präsentieren möchte, das beste Medium. Ist es ein Flyer, ist es vielleicht auch ein Leporello-Falls, ist es vielleicht auch bloß ein One-Pager, kann auch manchmal das Richtige sein oder aber, wenn ich doch ein bisschen mehr vielleicht zu kommunizieren habe, mache ich sogar vielleicht noch so eine Art Erlebnis draus, also mache ich, ich sage mal, einen Folder draus, der allein durch die Falttechnik schon mir zu den Informationen Stück für Stück weiterhilft und wo ich die Menschen führen kann und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, da muss man sich dann halt einfach mal mit den Informationen auseinandersetzen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, das erste ist wirklich, Inhalt muss stehen, also der Inhalt muss wirklich auch mit dem Dienstleister besprochen sein, weil der kann ganz gut einschätzen, wie viel, was ist sinnvoll, dann muss das Würding, also sprich, wie spreche ich zu dem Kunden oder zu dem, den ich erreichen möchte und dann kann man sich Gedanken machen, okay, soll der von Anfang an alles sehen, damit er eine Übersicht erhält, soll er geführt werden, also Stück für Stück, gibt es da verschiedene Don'ts, die möglichst vermieten werden sollen, damit man halt dann das auch, ich sage mal, in dem Anschaueprozess oder in dem Visualisierungsprozess gleich vermeiden kann und das muss man halt dann entsprechend mit den Kunden und vielleicht sogar schon, was wir vorhin hatten, das Thema, vielleicht sogar mit potenziellen Kunden, die letztendlich das Meaning auch bekommen oder von mir aus die Broschüre oder den Folder, auch schon mal sagen, hier, wenn du das bekommen würdest, wie würdest du das jetzt anschauen? Und dann kann man wieder sagen, okay, dann lass uns das anders falten oder lass uns anderes Material nehmen oder von mir aus machen wir dann eine Box lieber draus mit irgendwelchen Einlegern oder wie auch immer. Es ist auch sinnvoll, das pro Produkt zu machen, dass es gar nicht so sinnvoll ist, jedes Produkt, das ich anbiete, man hat ja oft zwei, drei Themen, in eines reinzupacken, ist das lieber geschickter, sowas ähnlich wie eine Landingpage sozusagen für das Produkt jetzt im Internet. Was meinen Sie, Herr Henke? Puh, das ist schwer so allgemein zu sagen. Also ich glaube, das kommt auf die Komplexität des Demmaßes drauf an und was der Trainer auch für eigene Ziele hat. Möchte er eher Pakete verkaufen, losgelöste Pakete, die er beim Kunden auch losgelöst platziert, dann kann das durchaus Sinn machen, weil dann reduziere ich gesamte Informationen und habe natürlich die größere Chance, dass der Kunde es auch besser versteht. Wenn er sagt, ich verkaufe zum Beispiel so eine Art eine Reihe von Seminaren oder sowas, dann sollte es schon irgendwann, aus meiner Sicht macht es dann Sinn, den Überblick zu geben und zu sagen, das kann ich dir, weil ich begleite ja den Kunden dann auch auf einen längeren Weg und der Kunde sollte schon wissen, wenn ich den jetzt einmal einkaufe, dann ist eben nicht mit einem Seminar oder mit einem Event alles abgedeckt, sondern es müsste halt weitergehen und das muss der Kunde natürlich wissen und das kann ich auch auf verschiedenen Wegen dann machen. Aber gerade im Print, da kann man unheimlich viele kreative Dinge machen. Ist natürlich am Ende auch immer eine Budgetfrage, das ist ganz klar. Aber da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt und dort kommt es auch immer darauf an, wie überreiche ich, wissen die Leute schon, dass sowas kommt, dann muss man vielleicht noch ganz anders reingehen von der Kommunikation. Ist es eher in Richtung Kaltakquise, dann muss ich die Leute auch vielleicht erstmal überraschen, neugierig machen, dass es überhaupt in der Hand bleibt, das ist das Nächste dann. Und da muss ich halt entscheiden, wie ich dann die Informationen entsprechend aufbaue und wie ich das Produkt entsprechend gestalte. Schauen wir es uns mal von der Seite der Internetseite wieder her an, die ja im Gegensatz zur Printmedie doch ein bisschen leichter die Möglichkeit hat, diese fünf Schritte meines Basistrainings oder diese fünf Schritte meiner Folgevorträge aufzuzeigen. Was ist da wichtig, dass man das gut erkennen kann? Im Prinzip geht es grundsätzlich um Aufbau der Hauptnavigation aus meiner Sicht. Wir haben die große Tendenz momentan im Internet zu einer horizontalen Navigation und wenn wir die einschränken, wenn es uns gelingt, diese auf maximal sieben Punkte einzuschränken, Horizontal bedeutet, dass ich oben sieben Führungspunkte habe? Genau, in der Waagerechten praktisch. Und wenn es uns gelingt, so sauber die zu benennen, diese Punkte vor dem Hintergrund unseres Angebots und sich selbst als Speaker zu sagen und die Relevante schon dort zu platzieren, damit der Weg sich für den Zuschauer oder Betrachter oder den User sofort verkürzt, dass ich mir sehr schnell dorthin komme, wo ich eigentlich gehen wollte und es erfahren wollte. Egal, ob es in dem Fall die Referenzen sind oder ein bestimmtes Produkt oder das Thema selbst oder zur Person. Ich muss einfach sehr schnelle Wege jemandem ermöglichen, zu gewünschten Infos zu... Also ich habe eigentlich die Aufgabe nur, die JAS sich abzuholen und ihn dorthin sehr schnell zu bringen, wo er sein will. Es gibt tausende Regeln, die wir schon alle eigentlich aus dem Internet sicherlich verinnerlicht haben mit drei Klicks zum Content und sieben Punkte Hauptnavigation, sage ich mal, der Text sollte nach 65, 70 Zeichen umbrochen werden, damit der Lesefluss gut... Also ich konnte wirklich sehr lange da solche Tipps geben, nur die nutzen mir nichts. Wenn der erste Eindruck nicht derjenige ist, den ich erwartet habe, nachdem ich das gegoogelt habe, dann habe ich bereits verloren. Und dann habe ich eine sehr große Aufgabe, dem entgegenzuwirken und jemandem von dem Gegenteil zu überzeugen, dass ich wirklich gut bin, wenn ich gestartet habe mit einer schlecht gestalteten, unübersichtlichen Seite mit einem qualitativ schlechten Foto, wo ich von der, sage ich mal, gerade nicht schokoladenen Seite gezeigt werde. Dann habe ich mir einen Haufen Neins produziert und jetzt, wie schaffe ich das, dem entgegenzuwirken? Und vielleicht noch ganz, was mir eingefallen ist, als Sie noch gesprochen haben, das Thema, der Wurm, der muss doch dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und wenn ich mich selbst auf Fotos nicht mag, und das passiert sehr vielen Menschen, dann spielt das leider nicht so eine entscheidende Rolle. Denn sobald die Personen und meine Zielgruppen mich sympathisch finden auf dem Foto, dann ist das die Aufgabe der Kommunikation, das zu erreichen, dass ich dort mein Ja abhole. Und ob ich mich mag oder nicht, selbst auf dem Foto, es wäre schon toll, wenn ich auch dazu stehen kann und mich selbst mag. Aber prinzipiell ist es wirklich wichtig, dass man da draußen sich die Ja's und die Kunden abholt und bestätigt, dass sie suchen. Und den Appell ergänzt. Oft, ich suche nach einer Kontaktinformation. Ich habe Hunger, ich bin im richtigen Laden, ich will kaufen und dann suche ich nach Telefonnummer, E-Mail und sonst irgendwas und breche ab. Wie schade ist das? Also das darf nicht passieren. Da muss auf jeder Seite ganz klarer Appell, rufen Sie an, book me now, dezent oder direkt. Oder kaufen oder was auch immer. Dein dritter Punkt auf deiner Liste. Der dritte Punkt ist ein übergreifender Punkt, weil das ist genau dieses, der geht in die USP-Richtung, ich muss, egal was ich print, online mache oder als Produkt selbst bin, immer ein Stückchen anders sein als die Norm. Das kennen wir alle. Keine Website, die so ausschaut, wie die meisten begeistert so richtig. Kein Printmedium, das die üblichen Maße hat und nichts Besonderes hat. Also dieser kleine Kick, der nicht viel sein muss, drei Prozent über dem Durchschnitt vielleicht, den muss ich erkennen können. Das kann über Farben, über alle möglichen, über Wörter, über Botschaften, über Bilder, ist völlig egal. Da muss was drin sein, wo ich als Einkäufer sage, das reizt mich, das ist der Unterschied. Und ich sage immer, Speaker sind meistens empfehlenswert. Das heißt, sie sind gut auf der Bühne, sie machen ein gutes Produktangebot, alles gut, aber sie sind oft nicht empfehlensfähig. Im Amerikanischen heißt es recommendable, also fähig sein, jemanden zu empfehlen, steckt da ja auch drin. Und ich als Vermittler muss ja fähig sein, diese Person zu empfehlen. Das heißt, ich brauche die Kommunikationsmittel, ich brauche die richtigen Botschaften, ich brauche den Nutzen, das muss Vertrauen bilden, nicht nur bei mir, sondern ich muss es weitergeben können und ein Stückchen anders sein. Dann hat man den Auftrag schon fast in der Tasche. Also empfehlensfähig zu sein und sich etwas zu unterscheiden durch etwas, was ein bisschen anders ist als bei dem anderen. Was ja mit einem Satz immer sehr leicht gesagt ist, nur wie ist es getan? Was meinen Sie, Herr Tapia Garcia? Was kann ich heute noch machen auf der Internetseite? Es gibt so viele Gimmicks, so viele Dinge, die besonders sind, aber wie kriege ich es denn hin, nochmal ein bisschen anders zu sein als die anderen? Ich weiß es nicht, vielleicht Mut zu machen, ist schwer zu sagen, aber wenn man alles tatsächlich ausbügelt und glättet und sagt, okay, alle Fotos sehen gleich aus, immer auf der Bühne und immer frontal guckend und immer sieben Navigationspunkte und immer an dieser gleichen Stelle Kontakt, werden wir natürlich feststellen, ja, es gibt Erfahrungswerte und ich werde natürlich niemandem empfehlen, jetzt auf einmal 20 Hauptnavigationspunkte zu nehmen, damit er sich unterscheidet. Also man muss bis zu gewissen Grenzen muss man einfach an diesen Tipps und an diesen Erfahrungswerten halten, weil es macht keinen Sinn, sich davon zu entfernen, um sich selbst ins Knie zu schießen oder sich selbst etwas Schlechtes zu tun. Das macht keinen Sinn. Aber innerhalb dieses Spektrums an Farben, Formen, Typografie und der visuellen Kommunikation durch die Bilder hat man doch die Möglichkeit, ganz sicher, eine Eigenständigkeit irgendwie, ob das jetzt eine Marke ist oder nicht oder ob es eine Eigenart ist, es besteht die Möglichkeit, weil die Vielfalt ist so groß, dass ich durchaus aus diesen Einzelzutaten einen Kuchen backen kann, der meiner ist. Und nur meiner habe ich mich unterscheidet von den anderen. Die Unterscheidbarkeit kommt aus dem Produkt, aus sich selbst und dem, was man anbietet. Aus dem kann man ableiten, macht man diese Farben, macht man diese Bilder, macht man dieses Video. Korrekt. Deswegen muss man sich erstmal selber definieren und dann kann man kreativ sein, wo man unterscheidbar ist. Aber man muss es natürlich mit einer Konsequenz auch umsetzen. Also man darf nicht sagen, ich investiere jetzt einen großen Betrag in die Internetseite, die ist perfekt und dann gehe ich raus, mache ein Printmedium und das fällt dann hinten runter in dem Sinne. Also das muss schon alles irgendwo homogen zusammenpassen, es muss konsequent durchgezogen werden, die Sachen müssen irgendwo ordentlich vernetzt sein letztendlich irgendwo und weil egal mit welchem Werbemedium ich nach außen gehe, ich präsentiere mich damit selber. Und wenn das eine zwar toll ist und das andere aber abfällt, ist irgendwo ein Bruch drin und dann stimmt letztendlich die gesamte Story irgendwo nicht mehr und im Zweifel sagt der Einkäufer, naja, das passt jetzt für mich nicht mehr. Also das ist dann abgedeckt mit dem CI, also mit dem Corporate Identity oder mit dem roten Faden durch die Materialien? Ja, also kann man im Grunde sagen, da gehört vieles dazu, ob das jetzt die Farben sind, die Typografie, auch teilweise Anordnung von Elementen etc., wie ich das halt immer nutze. Man kann sogar so weit gehen, dass man Papier festlegt und und und. Das ist alles machbar, sicherlich. Ob es in dem Fall auch in der Dimension für Speaker immer so das Wichtigste ist und ist ja letztendlich auch wie gesagt Budgetfrage oftmals. Würde ich jetzt mal im Raum stehen lassen, weil das muss man vielleicht nicht sein, weil man kann ja auch gerade in der Printkommunikation durchaus mal auf andere Materialien abweichen, weil sie eben dann notwendig sind. Aber man kann das natürlich tun, klar. Und es gibt ja auch allein Papiersorten, zig Tausende, die wirklich auch wirklich sich unterscheiden von anderen Geschichten. Da kann man eine ganze Menge tun. Also ich möchte mal kurz auf das Thema Farbe eingehen. Ganz wenige Speaker nutzen das Faktum, dass eine ganz spezielle Farbe durchgezogen über alle Medien extreme Wiedererkennbarkeit ermöglicht. Ich möchte nur mal die Zuschauer auf den Dr. Roman Scheliger hinweisen, der dieses helle Grün definiert hat. Egal, ob der eine Anzeige macht, einen Flyer macht, die Website gestaltet, dieses Grün ist er. Und das schafft Aufmerksamkeit, die man mit anderen Mitteln schwer erreichen kann. Da muss man mit einem Profi ran. Solche Farben lassen sich nicht aus der Retorte, aus den Übersichten rauswählen. Man muss da was kreieren, idealerweise. Aber die Telekom macht es vor. Magenta ist die Telekom und die nutzen das professionell. War ja auch eine eher gefährliche Farbe Magenta. Hätte jemand gedacht, dass man, also es hat sicherlich erstmal so die Masse nicht vorgeschlagen. Marketing braucht Mut, ganz klar. die Abweichung von der Norm. Also man kann viel Marketing machen, was im Mainstream versinkt, wo man unheimlich viel Geld versenken kann. Aber letztendlich, wenn ich wirklich abweichen will und da reichen wir jetzt schon drei Prozent, dann brauche ich auch den Mut, das dann wirklich zu tun. Und dann muss ich im Zweifel auch mal auf den Experten, der aus den Bereichen kommt, Online, Print, egal, auch mal hören und sagen, pass auf, versuch es doch mal so. Und wir schauen, was dabei rauskommt und dann gucken wir, wer recht hat. Und oftmals ist es genau dieser Mut, dann wirklich das mal umzusetzen, wird dann eher gescheut, weil man sich vielleicht nie irgendwo verbrennen will oder dann vielleicht auch selber ein bisschen Angst hat davor. Und das habe ich auch schon oft erlebt, dass dann eher zurückgezuckt wird und gesagt, oh, nee, machen wir es doch lieber blau. Und blau ist ja so ziemlich alles nepp, gibt es relativ viele Beispiele. Oder rot ist auch so ein Thema. Aber dann wirklich zu sagen, was gibt es denn noch, wenn man auf die Farbe bezieht, gibt es ja zig Millionen. Und die kann man wirklich, es gibt wirklich sehr schöne Töne, die man immer wieder definieren kann. Aber der Mut gehört dazu und das kommt meistens so kurz dann. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Unser dritter Punkt ist Mut und sich von anderen etwas abzuheben, das Besondere. Der zweite Punkt war die Linie, die sich durchzieht, was mir zeigt, was biete ich, was ist also der Weg, den der Kunde bei mir bekommt. Was habe ich davon? Und was hat er davon? Ganz genau. Und dein erster Punkt, den du als allererster genannt hast, sagst du das nochmal? Vertrauen. Das Vertrauen, ganz genau. Ich mache sieben Häkchen auf der Website, wenn ich die bekomme, dann greife ich wenigstens zum Hörer. Es ist noch nicht gekauft, keine Website verkauft und es biecht direkt kein Flyer, sondern es ist das Gespräch, was danach kommt, auch das muss passen. Aber ich greife zumindest zum ersten, zum direkten Kontakt und dann hat man schon die Hälfte der Miete. Aber das ist ja die Aufgabe, die ein Printmedium oder eine Website hat, dass der direkte Kontakt entsteht, weil verkaufen tue ich dann gerade in dem Business immer zwischenmenschlich. Das ist ganz klar. Aber dazu brauche ich die Gelegenheit. Ja, vielen Dank für eure Tipps zu dem Thema. Zum Schluss kommt immer unsere persönliche Hunde, Herr Tabia García. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Ich liebe alle Farben. 16,7 Millionen stehen uns zum Auswahl und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich liebe alle Farben. Für mich gibt es keine schlechten Farben, es ist nur die Frage, für was und zu welchem Zweck. Also wenn ich Lieblingsfarbe habe, die ich am Abend zum Gala-Diener anziehe, dann wird das nicht grün sein. Und wenn ich jetzt mit meinen Kindern spiele, dann habe ich 30 verschiedene Farben, weil ich so viele bunte Bälle brauche. Also ich liebe alle Farben, ich habe keine Lieblingsfarbe. Alle Farben sind toll. Es ist nur die Frage, wann und wo. Wenn Sie persönlich nur ein einziges Produkt haben könnten, das Sie einem Kunden schicken würden, was würden Sie dann nehmen? Internetseite? Würden Sie den Flyer nehmen, das Imagebroschüre? Sie kriegen nur ein einziges oder ist es einfach nur die Visitenkarte? Was wäre das Produkt, das Sie nehmen würden? Was ich dann auch als, wenn ich das Speaker wäre, ich müsste es raus. Nein, Sie in Ihrer Person, Sie in Ihrer Person im Bereich Marketing. Das ist schwer, um Gottes Willen. Sie kriegen nur eins. Ich kriege nur eins. Die Internetseite, habe ich einen Tipp für Sie. Ja, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, irgendein digitales Online-Medium sollte es sein, weil das bringt die Zeit mit sich und wir sind heutzutage alles sehr online-affin unterwegs und ich bin dort einfach langfristig flexibler, was das angeht. Und Printmedien sind halt für einen Zeitpunkt und für eine Überraschung sehr gut. Aber letztendlich, was mache ich mit einem Printmedium? Ich verweise meistens auf eine Webseite, weil ich dort einfach mehr Informationen, aktuellere Informationen, ich kann sie schneller ändern und unterbringen kann, ich kann multimedial unterwegs sein. Das lässt sich im Print heutzutage noch nicht. Ich meine, wir schauen mal, wo es hingeht mit ePaper. Von daher würde ich schon wahrscheinlich so eine Webseite tendieren, wenn die gut gemacht ist und ich jemandem zum Beispiel sage, hier, schau mal drauf und der kann dort überzeugt werden, ist das meistens auch das Medium der Wahl heutzutage. Es ist einfach weltweit erreichbar, 24 Stunden und das kann ich Print halt nie immer gewährleisten. Da hat Print halt Grenzen, ganz klar. Wunderbar, die Internetseite. Du hast die Möglichkeit, eine Internetseite zu kreieren und du solltest etwas Persönliches drauf tun. Etwas, was dich darstellt, wo man sagt, das ist der Sigi, der persönliche Mensch. Was würdest du da drauf packen? Von mir persönlich? Also meine Zielgruppen im Speaker-Bereich sind ja Referenten, die besser werden wollen, mehr Aufträge haben wollen, ich coach die ja. Und ich würde denen draufsetzen, ein Video, wo ich ihnen erkläre, warum sie meinen Coaching-Versprechen vertrauen können, was sie davon haben, in welcher Reihenfolge wir sie vom durchschnittlichen Speaker zum Top-Speaker bringen und was das Außergewöhnliche an meinen Inhalten und an meiner Person ist. Okay. Und wenn wir jetzt noch mal ganz auf dich persönlich zurückkommen, würdest du deine Kinder mit drauf tun, würdest du deine Frau mit drauf tun? Oder was ist das, wo du sagst, das ist ein Symbol für den Sigi? Oder Gold? Ich glaube, ich würde, das hört sich jetzt sehr sachlich an, nichts Persönliches drauf tun, weil ich finde, Persönliches und Privates ist Privat und Business ist Business. Und bei mir geht es beim Marketing immer um Umsatz. Alles andere ist Spielerei. Wir machen jede Aktion, jeden Flyer, jede Website, um Umsatz zu machen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich einen Goldbarren mitnehmen oder eine Geldkassette oder einen 100-Euro-Schein, weil das ist das Ziel. Und alles, was wir tun, muss sich darauf ausrichten. Wobei das ein sehr schönes Schlusswort ist. Liebe Zuschauer, es geht wirklich darum zu sagen, ist das, was ich mache, meine Internetseite, mein Flyer, mein Printmedium, ist da der erste Eindruck so, dass ich damit ein Goldbarren verdiene? Ich denke, dazu haben Sie heute viele Antworten bekommen. Nochmal herzlichen Dank an meine Gäste. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder darum geht, dass Sie einschalten zum GSA-TV-Talk. Auf Wiederhören.